gesprochen dass ich irgendwo anders einbrechen und ja hier kein plan ob man hier rein darf ich weiß es echt nicht oder bei einer Eidechse ich würd sagen wir erkundigen jetzt mal das ganze Gebiet hier ich geh jetzt mal hier lang au egal ich glaub eigentlich war das für das Konflikt da gemeint aber egal wir gehen jetzt mal einfach hier lang gucken was hier so wissen könnte hier übrigens als ob ich jetzt so kriminell werde hier naja hier ist eh nicht spannend im Garten egal ich würd sagen wir gehen mal weiter da hinten waren wir gerade eben also falls wir Glück haben dann geht der Weg hier so lang weiter bis es mal zu dem anderen Weg kommt bei dem ich gestern war wenn wir Pech haben muss ich wieder bei das Privatkonflikt zurück aber ich weiß es nicht auf jeden Fall werde ich mich jetzt mal hier hin chill ich wollte darüber reden wie es gerade so ist und zwar kommen einfach nicht so viele Videos gestern kam ja auch keins weil mir ist halt einfach schlecht ich richtig oft in letzter Zeit und ich bin richtig oft so demotiviert und hab einfach keinen Bock jetzt guck ich immer meine Videos nach rechts nach links auf jeden Fall ist es Professionalität und ja auf jeden Fall sind wir schon wieder irgendwo eingebrochen auf irgendeinem Privatgrundstück und ich würd sagen wir gehen jetzt nochmal ein bisschen weiter hier also ich glaub hier finden wir vielleicht noch nichts mehr weil hier einfach nur ein Waldweg ist aber ja da gab es noch zwei Schranken wo man einbrechen könnte also halt rein gehen könnte aber das war einfach nur zum anderen Campingplatz und keine Ahnung ich glaub das ist nicht so spannend vielleicht kommt heute noch was vom Meer mal schauen wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder ich würd sagen das war's für ein Video falls noch irgendwas Spannendes kommt melde ich mich nochmal wir sehen uns und ja ich lauf jetzt grad hier durch den Wald ich versuch grad irgendwie den Weg wieder nach Hause zu finden ich lauf einfach nach links weil da der andere Weg auch war in Richtung links und ja ich hoffe mal ich muss den ganzen Weg nicht zurücklaufen weil das wär dann schon ganz schön bitter ok reicht noch wieder ähm hier ist irgendwie so vertrockneter Farn wow alter nice Sandweg alter auf jeden Fall ist Farn ja geschützt aber hier gibt's so viel davon und ihr habt's ja gesehen im letzten Vlog war ein Farnfeld habt ihr hoffentlich gesehen weil ich die Kamera so scheiße gehalten hab dann sollte man sie eigentlich so halten für das perfekte Erlebnis oder so oder so oder so oder so nein was aber ja hier ist irgend so ein Wanderschild äh ich hoffe mal ich krieg die Kamera noch richtig eingestellt weil letztes äh gestern im Vlog hat man glaub ich gesehen dass im Hintergrund die Sachen ein bisschen scheiße aussahen ich wär guten Fokus gute Qualität aber alle Sachen die nicht bevor des Fokus waren hatten irgendwie komische Qualität das versuch ich noch irgendwie hinzubekommen ich hab da noch ein paar Skripte die machen die Kamera zwar ähm dass sie schneller leer geht und äh aber keine Ahnung bessere Qualität I don't care dass meine Kamera leer geht ich hab zwei Akkus das reicht mir erstmal ich werd auf jeden Fall mal gucken wie ich das Improven kann für die Danish Kinder unter euch Alter wenn hier noch eine Wege haben und kommt mir dann fick ich irgendwas weil ich kein Plan der Bus lang geht alter ich werd mich auf jeden Fall nochmal wir sehn uns und ciao Jungs in den Dienst dass wir richtig sind ihr seht auch das Fahnenfeld oder ich hoffe mal die haben hier nicht mehrere davon wenn dann bin ich hier komplett auf dem falschen Weg aber man hört ja schon hoffentlich das Geschrei auf dem Campingplatz das heißt ich kann gar nicht so falsch sein aber das Ding ist halt bei mir war es so dass das Feld da war aber das heißt es kann gar nicht das Feld sein egal dann können wir einfach in das Gebiet nicht mein Problem also im Endeffekt dann schon weil ich den ganzen Weg nochmal zurücklaufen muss also ja ist im Endeffekt dann schon mein Problem aber sieht mal wie weit es da noch geht und ich glaub nach links ist hier so nicht die richtige Richtung die ich laufen muss aber ich lauf jetzt mal diesen Weg weiter weil ich seh ja da geht es wieder nach rechts aber es könnte sein dass wir irgendwie irgendwo wieder auf der Straße raus kommen was ich irgendwie hoffe also Leute Hashtag verschollen Hashtag irgendwo eingebrochen und dann nicht mehr Nice Brombeeren nein das sind alle rot scheiße in Deutschland sind die alle schon vergammelt und schwarz hier sind sie rot vielleicht spät Brombeeren oder so I don't know hier gehts auf jeden Fall nach rechts weiter und das mal ich hoffe mal das meint der Weg geht geradeaus rechts weiter Jungs 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 wir haben es gemacht also ich bin da vorne dann abgebogen auf einem anderen Weg und nicht jetzt wäre ich den ganzen Wanderweg weiter gelaufen wenn ihr gesehen habt wahrscheinlich irgendwo anders raus gekommen aber ich bin den scheiß Weg abgebogen nach links weil ich gedacht hab links da ist ja so die Richtung von der Straße da geh ich lang hat dann im Endeffekt auch geklappt also von da aus war es nach links jetzt hab ich ja gesehen war es rechts hier war ich ja schon hab jetzt aber irgendwie das Gebiet gar nicht richtig wiedererkannt ich bin echt intelligent auf jeden Fall hab ich jetzt einen krassen Wanderweg gefunden in dem man laufen kann ich würde sagen wir sehen uns vielleicht noch mal mehr wieder das wars auf jeden Fall von heute hier ist die Schranke könnt ihr auf jeden Fall sehen wir sehen uns das wars wir sehen uns das jetzt hier ist ja jetzt bei dir auch das ich Also die Wände sind gerade mega krass, falls ihr es hört. Bis zum nächsten Mal.